Hallo, ich bin Mohamed. Ich wünsche euch ein schönes Jahr 2016 und ich wünsche, mein Abitur fertig zu machen und mein Deutsch zu verbessern. Hallo, ich bin Tasneem. Ich komme aus Syrien. Mein Wünsch für dieses Jahr ist, mein Deutsch zu verbessern, damit ich anderen helfen kann. Und dass wieder Frieden und Sicherheit auf der Welt herrscht. Hallo, mein Name ist Ahmad. Ich komme aus Syrien. Mein Wunsch für 2016 ist dies, dass ich meine Familie in Deutschland wieder treffe. Mein Name ist Klaus, das ist die Ursula. Und wir wünschen uns, dass die Flüchtlinge sich gut integrieren können hier. Und dass sie unsere Sprache lernen und auch eine Arbeit finden und eine schöne Wohnung. Und dass alles friedlich abläuft. Hallo, ich bin Mustafa. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Ich habe noch zwei Wünsche. Ich wünsche euch, dass wir in Deutschland bleiben können und etwas zurückgeben und den Krieg in meiner Heimat zu beenden. Und ich hoffe auch, dieses Jahr ist besser als letztes Jahr. Danke schön. Mein Name ist Nesrin. Ich komme aus Syrien. Mein Wunsch für 2016 ist, dass Frieden und Liebe auf der Welt herrscht. Ich komme aus Syrien. Ich wünsche euch ein schönes Jahr. Mein Wunsch ist für dieses Jahr, um mein Deutsch zu verbessern und einen Job finden. Ich wünsche euch ein bisschen mehr. Ich wünsche euch ein bisschen vieles, um mich. Hell, ich bin ein bisschen übernicht. Okay, sehr. Ich wünsche euch ein Willi, wenn wir etwas übernicht. Dann hast du dich auch ein Blöcher. Dann warst du dich. Dann rühr dich. Schäuble. Dannpolege ich dich.